Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben gerade was auf dem Atlas entdeckt und zwar dieses, ich weiß gerade gar nicht, ob man meinen Mauszeiger sieht, aber dieses Ding hier. Und da wollen wir mal gucken, ob das was zu sagen hat. Und einen neuen Tempel sehe ich auch schon wieder. Das ist doch der alte Tempel, oder nicht? Nee, dürfte eigentlich nicht. Also wenn ja, dann habe ich völlig die Orientierung verloren. Also nee, der alte Tempel, der war in die andere Richtung. Der war ja in der Nähe vom Dorf und da sind wir ja schon weg. Der war nördlich vom Dorf und wir sind jetzt ja südlich. Stimmt, ja. Da müssen wir gleich auch nochmal hin. Aber erstmal möchte ich wissen, was das für ein Gegröse ist. Ähm, das sich da auf dem Atlas zeigt. Huch, hier oben hin. Ist das, oh jetzt sag ich nicht, das ist hier nur dieses kleine Loch. Doch tatsächlich, das ist nur so ein Lavaloch. Das ist echt nur ein Lavaloch. Na ja gut, wir sind nicht umsonst rüber geschwommen. Wir gehen jetzt mal zum Tempel. Vielleicht hat dieser Tempel ja jetzt was richtig Gutes im Angebot. Ja, wir sollten uns aber beeilen, weil es wird dunkel. Ja, ich weiß, wir gehen... Nein! Treibsand, verdammt. Erster. Äh. Erster, 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 erster. Mag sein, mag sein, mag sein. Verdammt. Was denn? Treibsand. Tja. So. Na. Erster, erster, erster. Nix, nix, nix. So, wollen wir uns denn hier vorne... Erstmal hinlegen? Äh, ja, würde ich sagen. Gut. Oh, es sind zu viele Monster in der Nähe. Magst du mal bitte Fackeln aushängen? Ich sehe sonst echt nix gerade. Ich höre nur, aber ich sehe nicht. Wow, jetzt sehe ich auch. Ach, du bist doch da draußen. Kommst du mal rein? Da drin, oder was? Ja, und ich lieg. Leg dich schnell hin. Voll, komm rein, geh raus, leg dich hin. Ja, ganz schnell. Ich, oh. Ich glaube, ich backe gleich durch. Das ist auch manchmal nur, wenn du liegst gerade. Okay. Alles, Toti. So, ich buddel uns hier dann mal wieder runter. Wie geht das? Folgst du mir wieder mit, äh, Fackeln? Bin unterwegs. Nein, nein, oh. Was jetzt? Ich habe einen runtergefallen. Sieht so aus, als wäre hier eine Höhle nebenan. So. Alles klar. Oh, wie viel Gold wir hier finden. Das ist echt cool. Okay, das ist weniger cool. Aber ich habe eine Pferderüstung, eine goldene. Harlekin, Harlekinbären? Und noch einen Sattel. Harlekin was? Harlekinbären. Haben wir noch nicht. So, dann führ uns hier mal wieder raus. Ups. Au. Gehst du mal bitte weg, sonst kann ich hier oben nicht, äh... So. Ne. Au. So, man kann zumindest nicht sagen, dass wir gar nichts gefunden haben, so bisher auf dieser Reise, ne? Ja, aber die große Überraschung ist bis jetzt auch noch rausgeblieben. Hm, ja, das stimmt. Das stimmt, aber... Mahagoni-Holz, das muss ich haben. Und Setzlinge brauche ich davon auch. Ja, vielleicht möchte man damit ja mal bauen. Es ist ja nicht so, dass ich die einfach nur haben will, um sie zu haben, sondern ich habe in Hintergedanken, dass man die vielleicht ja mal zum Bauen braucht. Au, 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 au. Wo habe ich meine Erde? Da. Melonen hast du auch schon? Ja. Wäre nett, wenn du auch ein Bäumchen fällst, dann geht das nämlich ein bisschen schneller. Boah, das sind immer so scheiß Bäume, sind das. Ja, nun. Aber die wachsen wenigstens mit System und nicht das Gegröse, das man damals in den Eichenbäumen immer hatte. Ich stehe schon wieder in Treibsand. Ich werde einmalig. Das Reisen ist nichts für dich, oder? Reisen, ja. Treibsand nicht. So. Eigentlich dürfte das... Kacke, ich habe nicht aufgepasst. Dürfte das da alles gewesen sein? Na doch. Da sollte eigentlich gleich so ein oder zwei Sepplinge sollten da rauskommen. Oh, ich habe schon wieder eine neue Bambusart. Was ist denn hier? Mose-Bambus. Das habe ich schon. Achso. Hoppala. Was haben wir hier? Ein... Mahaguni-Setzling. Achso, dann brauchen wir nicht mehr. Das ist ein Melon. Ja, man kann ja nochmal warten. Strauch. Fehlen jetzt vielleicht auch nochmal... Oh, Treibsand. Riesen-Bambus. Sag mal, wie viele Bambusarten gibt es denn hier? Viele, viele, glaube ich. Oh, jetzt komme ich auch nicht mehr hoch. Wollte gerade sagen. Jetzt ist es aber mal gut hier. Was denn? Ich war in Treibsand. So, kommt hier vielleicht noch einer runter? Was? Ach, das ist nichts. Ich das hier... Oh, da oben sind sie drauf. Auf dem anderen Blätterdach. Du, aber ich glaube, wir sollten uns langsam mal wieder auf den Rückweg machen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Also wir können ja nochmal eine Reise später machen in die andere Richtung, aber wir haben echt schon ein paar Kilometer abgerissen. In die andere Richtung sollte man denn auch eher nochmal versuchen. Das ist, glaube ich, besser. So, Richtung nach Hause geht es in die Richtung. Ja, wir können über Wasser gehen. Also das geht, glaube ich, schneller, als wenn wir wandern. Äh, joa, hast du noch ein Boot? Nö, aber ich bastel mir dann eins. Magst du mir eins mitbasteln? Vielleicht. Ist du hinter mir? Ne. Nö, aber ich bin in der Nähe. Ein paar Kaktusfrüchte, au. Jetzt bräuchte man so einen TomTom Navi, ne? Das wäre nicht schlecht. Naja, viel schlechter dran sind wir doch auch nicht. Aber wir sollten überall durchkommen eigentlich mit dem Boot. Aua, wieso kann ich die Früchte nicht mitnehmen? Jetzt. So, Werkbank. Holz hab ich da. So, wo bist du? Au. Da bist du. Jo. Ach, ne, das ist gut, dann mal Gruniholz. Ich hab da mal ein Boot hingelegt. Äh, das hast du wieder genommen. Da hab ich jetzt wieder aufgehoben. Da liegt es. Danke. So, dann mal gucken. Ja, auf, auf, nach Hause. Auf, auf, nach Hause. So, mal gucken, ob wir uns hier, ob wir hier so durchkommen. Boah, das wird was. Boah, ich bin versehentlich abgestiegen. Boot, bleib hier. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Mach's nicht kaputt. Toll, jetzt hast du ihm noch mehr Schwung gegeben. Bei mir ist das Boot jetzt grad weg. Ist da hinten, ist es hier. Ist hier hinten. Ach ja. So. Warte mal, ich muss gleich einmal auf die Karte gucken. Ich lass uns hier jetzt verfransen. Theoretisch müssten wir eventuell hier durchkommen. Ja, das war irgendwie nur so ein ganz schmaler Weg. Irgendwie. Also wie gesagt, wir müssen, einmal müssen wir, einmal müssen wir rüber. Übers Land. Und dann können wir. Nee, nee, ich bin der Meinung, wir können noch. Ach so, ein Stück weiter nördlich können wir noch durch. Also einmal. Nee. Hier geht's durch. Bist du bei mir? Ja, ich bin hinter dir. Ich seh dich noch. Das kann ja ne Bootsfahrt nach Hause werden. Finde ich aber gerade irgendwie geil. Finde ich. Ich erinnere mich irgendwie an so einen Abenteuerpark gerade. Okay. Und diese Wasserlilien hier, die mag ich. So, und dann müssen wir hier jetzt links rum. Sag Bescheid, wenn du das Gefühl hast, ich bin falsch. Hm, mach mal. Das sieht noch ganz gut aus. Ich guck mal. Ich gucke auch immer nebenbei nochmal, ob man hier nochmal was ernten kann, dass wir nochmal ein bisschen mehr für unsere Felder bekommen. Und hier auf der linken Seite sehen Sie den wunderschönen Wasserfall von Sand Lorenz. Das ist zwar die rechte Seite, aber okay. Hier ist wieder das Dorf. Fahr, fahr, fahr! Warte mal, ich kann mal überlegen. Müssen wir hier durch? Ja, ne? Hm, ja. Oh, ja. Ja, doch. Hier müssen wir durch. Oh, hä? Oder wir müssen einmal kurz drüber laufen. Oh, ich glaube auch. Aber dann verlieren wir die Boote ja wieder, ne? Äh, ne, ich glaube, ich habe meins eingesammelt. Wie denn? Ich glaube, ich habe meins doch nicht eingesammelt. Oh, ich habe die Bestandteile eingesammelt. Na ja, gut. Dann bauen wir uns gleich nochmal ein neues Boot. Dann sind wir erstmal durch die Enge hier durch und dann... Ne, überhaupt. Hier sind wir jetzt auf dem falschen Weg. Hast du zu Hause nicht auf deiner Minimap markiert? Wir müssen nämlich hier rüber. Ach, stimmt. Wir sind falsch abgebogen, ja. Aber wir können jetzt einmal quer rüber laufen. Und nicht quatschen. Stalkern. Und hier gibt es noch Sachen. Moment, ich muss noch mal ein bisschen sammeln. Unsere... Hier passt gerade nichts... Fischehütte. Oh Gott, ist das ein weiter Weg. So, warte. Ich muss hier nochmal ein bisschen sammeln. Wir haben jetzt nämlich auch wieder neue Sachen. Wo bist du denn? Ich bin hier gerade im Wald. Das ist hier wieder voll. Wir haben jetzt nämlich auch noch so... Wir haben jetzt noch Tomaten. Oder haben wir Tomaten schon? Ich bin mir gar nicht so sicher. Und wir haben Chili. Chili, Chili Pepper. Und wir haben... Bell Pepper bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob wir den schon haben. Ich glaube, ja. Aber wir haben halt neue Sachen. So. Ich würde sagen, wir rennen jetzt so lange da querfeld ein, bis wir wieder auf Wasser stoßen. Ja, das, denke ich mal, ist ein ganz guter Plan. Muss ich mir erst mal wiederfinden jetzt. Die Gewürzbaum, die will ich auch nochmal einsammeln. Ich hoffe, die wachsen so wie die... Äh, so wie die Bärenbüsche. Das wäre natürlich sehr schön. Ich habe hier noch was gefunden. Was denn? Einen abgesperrten Brunnen. Garden Lantern. Die will ich haben. Siehst du denn? Ich bin hier. Querfeld eingelaufen. Direkt. Ja, das ist schön, dass du immer gleich losredst. Ähm. Ich sehe von hier aus ein Tempel. Au. Glaub ich auch. Ich renne immer drauf zu. Sumpfzypressenstamm. Okay. Fantasyblock. Ich nehme davon mal ein paar mit. Aber hier waren wir schon, glaube ich. Ja, hier waren wir schon. Ja, warte mal. Wenn du beim Tempel bist, bleib mal stehen. Weißt du, wo du bist? Kann ich hier eigentlich auch gleich mein Bett ausklappen. Zupressenstamm. Ich nehme mir die jetzt einfach mal mit. Da muss ich hier zwar kaputt machen, aber... Uah, Zombie-Invasion, Zombie-Invasion. Aua. Soll ich mir mal hinlegen? Äh, denn... Ach so, ja klar. Bring dir jetzt ja gerade nicht allzu viel. Äh, verrottetes Fleisch kann weg. Was? Du bist nicht tot. Nein, die sind tot. Und ich liege. Ähm, ja. Ich werde auch mal schauen, dass ich mich hier jetzt gerade mal hinlegen kann. Ja, Mann. Mein Bett. Ich beeile mich. Ich möchte mich auch gerade sehr gerne liegen. So. Ich liege. So, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ja. Wie viel habe ich jetzt von dem Zypressenholz? Da sechs Stück, das ist nicht allzu viel, aber naja, gut. So, waren wir in dem Tempel schon drin? Ja, da waren wir schon drin. Ach ja, hattest du ja schon gesagt, ja. Wir müssen in diese Richtung. Uah, hier ist eine Spinne. Wo bist du? Ich hab dich noch nicht einmal wieder gesehen. Geh zum Tempel, ich hol dich da ab. Ach, da hinten bist du. Ich seh dich. Ja, wir müssen hier lang. Also, übers Wasser müssen wir. Äh, nee, da müssen wir nicht lang. Doch, wir müssen hier so quer rüber. Also, wir können natürlich auch noch gerne ein Stück über Land hier laufen, über einen Bogen, aber... Bist du bei mir? Wir müssen so rüber. Ja, so können wir auch. Das ist dann halt von meiner Warte eben aus ein kleiner Bogen. Da schockt sie mich ins Wasser. So, ich muss mal was essen. Kleinen Augenblick. Jo, mach das. Wo hab ich denn... Mit der Skosch bin ich mir gerade nicht so sicher. Guck mal, ich behalte das mal alles. Wo hab ich denn meine Sandwiches? Weiß ich nicht. Hast du vielleicht einen Rucksack gekackt? Da hab ich sie. Jaja, hab ich, aber ich wusste nicht in welchen. Ich hab ja zwei. Und beide sind voll. So. Ich bin unterwegs? Ja. Ach, da oben bist du schon. Oh Gott, wie sie läuft. Tip, 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 tip. Ja. Muss ja zusehen, dass sie mit meinem kurzen Beinchen hinter dir herkommen. So. Hier bringen uns die Boote jetzt erstmal nix mehr. Nö, hier ist Wüste. Pass auf. Da braucht man selten ein Boot. Was denn? Nö, schon gut. Ich wollte gerade überlegen, ob wir vielleicht noch einen kleinen... ...kleinen Bogen laufen. Äh, wieso? Nö, nur so. Ach so. Also jetzt nichts gesehen oder so. Nö, 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 nö. Okay. Dieses Treibsond kann man eigentlich wunderbar benutzen für Monsterfallen, ne? Ja, wenn du eine bauen möchtest. Ich bin ja immer nicht so der Freund davon, Monsterfallen zu bauen. Also, wenn eine da ist, ist ja okay, aber ich hab da so nicht unbedingt die Lust drauf. So, jetzt brauchen wir ein Boot. Was schmeiß ich denn jetzt mal weg? Äh, ein Eichengesetzling. Das kommt da hin. Nein, nicht wegschmeißen, Mensch. Bist du wahnsinnig. Wollte ich dir eins mitbasteln oder machst du es selber? Äh, wäre nett. Ich gucke nämlich gerade mal... ...das Ei, das brauche ich nicht. Ich habe da eins hingeschlossen. Ja, dafür muss ich jetzt leider mal das Ei wegschmeißen. So. Nein. Jetzt hast du das Ei. Ich habe aber das Boot noch nicht. Ja. Ja. So. Gippie! Sieht aus, ey, wenn man losfährt. Oh, da ist ein Hai. Was ist denn da drüben los? Bloß nicht wieder versehentlich aussteigen. Äh, was ist wo los? Warum sehe ich das nicht? Haii, die da. Ne, ich habe nur gerade geguckt, was das für gelbe Punkte sind. Achso. Weil die sich da alle so versammelt haben. So, hier sind wir ja gleich... Ja, hier sind wir ja bei der Fischerhütte. Ja. Guck mal, der Rückweg geht ganz schön schnell, ne? Dank der Boote. Dank der Boote. Dank der Boote, ja, na klar. Äh, habe ich das Boot jetzt aufgenommen? Ähm... Ne. Ich habe keinen Plan. Da baue ich jetzt nochmal welche. Ne, die zerlegen sich jedes Mal wieder. Ja, aber ich glaube, man konnte das auch irgendwie... Ach, Quatsch. Nicht aufnehmen. Ich brauche jetzt Platz... Den Platz für ein Boot. Aber irgendwie konnte man auch, glaube ich, aussteigen und die dann wieder aufnehmen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wie. So... Dann mal Tuck. Und... Mal gucken, dass wir da irgendwie durchkommen, ne? Jo, dat gait. Äh... Aber ich glaube, wir müssen... Nein, ich hab's gewusst. Was denn? Ich hab's gewusst. Dass mein Boot natürlich in den Arsch geht. Wir müssen hier, glaube ich, durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir außen rum gehen. Das kannst du ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, wenn ich jetzt... Halt, ich will dich einstecken. Schubs mal mein Boot hierher, bitte. Sieh es? Ja, ach da. Ich will jetzt gucken, ob ich das irgendwie einstecken konnte. Ich bin mir sicher, man konnte das. Danke. Ne, musst du echt kaputt machen. Das ist echt schade, ne? Dann, jetzt, jetzt, jetzt. Ich hab's hingekriegt. Du musst es einmal mit der Axt bearbeiten und dann geht's... Also ich hab mit der Axt draufgehauen und dann, äh, ist es kaputt gegangen. Aber nicht richtig kaputt, sondern mehr so, ähm... Sondern eben als Boot zum Einstecken. Kommst du? Was machst du da hin? Ja, warte, ich bin gerade mal am Gucken. Weißt du, warte, ich paddel außen rum. Du paddelst außen rum? Ich will's gerade gar nicht. Nein, ernsthaft jetzt? Okay, ich komm zu dir. Ach, nee. Ja, dieser blöde, blöde, blöde Tintenfisch da, der... Hat dein Boot zerstört? Ja. Hier oben haben wir nochmal Leafy, Gordon. Nee. Dunkelgrünes Gras brauch ich nicht. Eigentlich brauch ich auch den Sattel nicht. Okay, und Lettos... Wir haben Spinat. Der ist neu, den haben wir noch nicht. Hm, Spinatpizza hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Hm, die hatte ich erst. So, und wir sind am Ende einer Folge. Gut, äh, ja. Dann... Tja, übers Meer, nach Hause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.